Wir haben gerade schon mit Alex kurz nach dem Spiel darüber gesprochen, dass wir, wie gesagt, die ersten 35 Minuten nicht gut reingekommen sind. Dann nach dem 0-2 haben wir gesagt, wir machen ein Sekt-oder-Selter-Spiel raus mit viel mehr offenem Visier. Wir haben es dann hinten auch in der hintersten Linie mit offenen 1 gegen 1 verteidigt, um in den vorderen Zonen einfach mehr Zugriff zu bekommen. Dann waren wir in den Zweikämpfen da, bekommen mit dem 1-2 dann auch, weil wir da eine gute Pressingsituation haben, einen Fuß in die Tür und in der zweiten Halbzeit das ist dann eine Wahnsinnsleistung von der Mannschaft. Dann wieder kommen die Zuschauer auch mit einfach, weil sie dann ein sehr feines Gespür dafür haben. Cooler Samstag auf jeden Fall.